Hi, weil gestern doch einige paar Fragen zu meinem neuen Anzug gestellt haben, dachte ich, ich stelle euch den jetzt einfach mal kurz vor. Und zwar ist das der Ducati Cors K1, perforiert. Ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann, aber der ist luftdurchlässig. Ich habe mir das extra etwas luftdurchlässiger bestellt, weil wenn man mal auf der Rennstrecke ist, wird es doch immer recht schnell sehr warm und ich finde es dann besser als so eine komplett geschlossene Kombi. Was mega geil ist, der hat jetzt extra Elbowslider. Der Anzug selber ist von Deneez. Man kann ihn costumer designen, also sprich, man kann sich die Farben selber aussuchen. Der kann angepasst werden von der Größe, vom Fitting her. Ich habe jetzt etwa eine 50er Größe genommen, weil, kann ich auch mal kurz zeigen, ich z.B. auch gerne da noch den Brustprotektor trage oder auch natürlich Rückenprotektor und man dann da drunter ein bisschen mehr Platz hat. Und vor allem, wenn die Kombi perforiert ist, ist es immer noch mal ganz gut, dass die Luft ein bisschen zirkulieren kann. Also sprich, nicht, dass es dann wirklich knatscheeng auf der Haut sitzt. Ansonsten, der ist halt mega geil, weil du hast halt im Kniebereich hier nochmal eine Verstärkung und ja, natürlich die Knieslider, die bin ich gestern schon mal ein bisschen eingefahren. Was ich auch extrem cool finde, das Mesh innen drin, das sieht man jetzt leider nicht so gut, aber das kann man halt auch komplett herausnehmen und waschen, falls man doch mal ein bisschen mehr schwitzen sollte. Und damit es jetzt nicht so lang wird, gehe ich direkt mal weiter zu den anderen Sachen. Ein Highlight von mir ist auf jeden Fall noch der Boot. Das ist der, ich glaube, V5. Das müsste der V5 sein, Ducati Cors. Und der hat halt einen richtig geilen Innenschuh. Und das finde ich bei Schuhen halt extrem wichtig, dass die halt richtig gut eng sitzen, damit man die auch nicht verliert im Falle eines Sturzes. Also das ist schon mega geil. Also der sitzt wirklich richtig gut wie eine zweite Haut. Den merkt man echt gar nicht. Eins meiner persönlichen Highlights der Ducati Kollektion. Aber auch richtig cool der Handschuh. Das müsste auf jeden Fall der C5 sein. Der hat hier Titanverstärkungen, also da, wo es dann wirklich wehtun könnte. Hier sieht man auch nochmal Carbon an den Knöcheln. Also die Verarbeitung, vielleicht seht ihr das auch selber, die ist echt Hammer. Also das ist, glaube ich, einer der besten Handschuhe, die ich bisher hatte. Klar, wir reden hier von einer Preiskategorie, die im oberen Ende ist. Aber ich persönlich finde, es ist es wirklich wert, weil es passt einfach perfekt zum Motorrad. Also jetzt ist wirklich echt alles stimmig. Ist auf jeden Fall ein Match und ich bin echt so happy damit. Bin die Sachen gestern schon eingefahren ein bisschen, damit das Leder auch ein bisschen weicher wird. Das ist ja am Anfang alles etwas steif. Und ich freue mich einfach extrem, das demnächst auf der Rennstrecke tragen zu können. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.